Lenni Südha Ein bisschen mit Gold Mit Riesen zerstören Entschuldigung Tick-tack Druck Und auch schon jemand tot Könnt ihr bitte aufhören Lenni zu töten? Lenni schon wieder Mikasa Ich hab Lenni getötet Ganz kurz Spielt die Runde bitte zu Ende Es hat für mich gar keinen Sinn mehr Das jetzt noch zu Ende zu spielen Ich bin hundemüde Diesmal halte ich mich dran Ich danke euch fürs Mitspielen Ich wünsche euch einen schönen Abend Ja dir auch Danke fürs Hochsehen Danke fürs Hochsehen Ähm ja Jetzt ohne Lenni Also Mikasa Mikasa liegt bei dem Gang Wenn man von Weapons runter geht Liegt Mikasa dort Also sie liegt in diesem Gang Und Ich hab nur den Report Button gesehen Und hab gespammt Und ja Ich hab halt keinen gesehen Weil die Lights waren auch so Hat irgendwer denn Lenni noch gesehen? Nee Ganz am Anfang hab ich ihn oben noch bei O2 gesehen Und ich glaub er ist dann äh Also oben in der Cafeteria wo man diesen Müll macht Und ich glaub dass er dann nach rechts gelaufen ist Aber mehr hab ich nicht gesehen Okay Ja dann wird das da wohl ein Double Kill gewesen sein oder nicht? Das kann gut möglich sein Ähm Kann sein Okay ich habe legit niemanden gesehen Weil ich auf der linken Seite war Ich hab nur in Admin ein paar Leute rauslaufen sehen Ich hab nur in Admin ein paar Leute rauslaufen sehen Ich hab nur in Admin ein paar Leute rauslaufen sehen Weil ihr meinen K2 verkackt dort Drei Mal Franzi wo war die Leiche nochmal gefunden? Ähm In diesem Gang runter von Weapons Also wenn mal Weapons runterläuft Also dort wo der Wend ist Okay äh Ich hab nichts mitgekriegt Ich stand nur bei Sam Genau Ich war bei Weapons runter Genau Ah wie gesagt die Lichter waren aus Ich hab dich nicht gesehen Hm Ich hab auch nichts gesehen Ich wollte halt so Navigation Ich wollte halt so Navigation Weil ich da Das gab Und deshalb bin ich da lang gelaufen Und hab dann halt Mikasa gesehen Das heißt gesehen Ich hab den Report Button gesehen Und Mikasa gefunden Mikasa ich räche dich Also wir haben niemanden gesehen Wir können uns skippen Also ich hab Franzi Sagen wir's mal so Franzi hat reported Und ich hab Franzi zuletzt gesehen In dem Gang Ich bin da rumgegangen Weil ich den Download fertig machen wollte Ich hab dich nicht gesehen Ich hab dich nicht gesehen Du warst am Rappen Ich hab dich am Rappen Ich hab dich am Rappens gesehen noch Ja Und dann bin ich nach rechts Und zur Cafeteria Um auch nach Admin zu gehen Gut wir müssen irgendwas machen Ich hab dich aber nicht gesehen Ja Also Die Lache ist halt Schwierig Wegen Lichtaushalt Mach das bitte einfach an Einfach anmachen Und aufpassen So und weiter die nächste Runde Woher bin's Ach hier muss ich noch weitermachen Oder war's gut Gut Schon fertig Und Mach mal jemand das Licht an Dank schön Wie oft gefehlen Komm Ich hab mir gesagt schon geht das nicht wieder an Jupp Und damit willkommen zurück zu einem neuen Part ohne Nennifigate Ohne Stream Oh mein Gott Mit ohne Nenni Wie kann er Wie kann er nur Wie kann er nur Ja verständlich Es ist halb 3 Ja mein Gott Spielen wir die Runde ohne Nenni zu Ende Und Karl zu halb Ich hasse diese Task Ja Ja Zwergis Ja Ja Zwergis Blau Und Zwergis Ich war grad beim Karzwipe Ich war mit Jolly ständig in der Electrical rumgelaufen Weil immer wieder das Licht ausgehen Ich hab gerade Schweib gemacht Also ich hab erst in Ich hab das Licht an Anfang der Runde ausgehen Also noch aus war Dann bin ich halt in der Electrical Wollte mit fixen Da haben aber andere schon gefixed Dann hab ich eben meine Task gemacht Bin raus Hab dann nur Jolly durchgehen sehen Aber der ist dann nach mir halt auch ausgelaufen Also weil ich wollte da kommen Oder sonst was Ähm Und dann bin ich jetzt vorhin wieder in der Electrical Jolly war schneller mit fixen Weil wir fahren direkt in der Nier Und Ja dann bin ich in Storage gegangen Und dann hat Jolly aber die Leiche gefunden Das heißt Jolly und Serpi könnte es jetzt nicht gewesen sein Also ich Wo wart ihr denn jetzt Wo wart ihr denn jetzt zuletzt Also zuletzt habe ich Jolly mit mir in der Electrical gesehen Das war nicht mal 10 Sekunden bevor der Report kam Ich war doch Ich in der Electrical Nee ich war gar nicht in der Electrical Ich war noch gar nicht dort Ich bin grad von Navigations runter gegangen Und bin dort jetzt ins ins Büro rein Und hab mir eine Grazweib-Task gemacht Ist hier mal eine andere Frage Ist irgendwer von Cafeteria gekommen? Ich war heute auch gar nicht Heute schon Aber ich war in dieser Runde noch gar nicht in Elektrical Wen hast du da gesehen? Mich nicht Äh Ich Dunkelgrün Das hat Zwergi gesagt Dunkelgrün 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 Ich hab Zwergi gesagt Ich hab Zwergi gesagt Die ganze Zeit Ich hab Zwergi gesagt Jolly was? Jolly was? Jolly was? Jolly was? Jolly war mit mir viel in Electrical Wir haben War zusammen bei Lightfixen Ich hab wieder schlecht gehört Und kurz So 10 Sekunden bevor der Report kam Haben wir uns zuletzt gesehen Da ist er Richtung Lower Engine Und ich Richtung Storage Das heißt ihr seid schonmal safe Ich war jetzt gerade oben rechts Cafeteria Da hab ich Lord Draco noch ganz kurz gesehen Ähm Zwergi war in Etten hast du gesagt ne? Ich ja beim Cardswipe Ich hab grad mein Cardswipe Task Ah ok Ok Und wo wird die Leiche gefunden? In Lower Engine Da war ich ja weit weit Und du sagst Zwergi du warst 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 Zwergi ich hab ich gemacht Ich hör dich ich warst nur bis sie fertig sind Ich kam von Navigations runter Zwergi ist gut Zwergi ist gut Zwergi war ich in O2 Und ich kam Ich kam halt von uns Zwergi war halt in O2 Wie gesagt Warum verstehe ich jetzt immer 2 Nein hier dreht keiner Jetzt gibt's uns zu sparen jetzt Das ist doch eben Was zur Hölle wer hat da nicht gebootet? Ich scheinbar Was ist hier los? Ist doch unsch Wir machen wir mal weiter Ich lefte jetzt an das Game Mit Kasselifted Game Denn die hat auch schon geliftet Alle verlassen ihr Spiel Wir gewinnen hier Weil alle das Spiel Mit den Posturen das Nee wir verlieren Weil die Imposter Und das letzte sind Ich und die Imposter Und dann gemeinsam Am Spiel Alle anderen sind geliftet So sieht's aus Jetzt geh nochmal rüber hier Das ist wahrscheinlich Wahrscheinlich das einzige Crew Wie ich jetzt bin Das würde ich vielleicht mal fixen gehen Was war das denn jetzt? Charlie 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 Es ist Charlie Ich hab's gesehen Sie hat Serpi Sie hat Serpi vor SimonSafe gekillt Ende What the fuck Stop 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 Ich war halt nicht da Jetzt hört mir mal ganz kurz zu Ich bin gemeinsam mit Draco reingegangen Stand dann unten Hab die ganze Zeit diese Scheiß Hand aufgehabt Hab mich schon gewundert Warum Nicht oben jetzt Ich lässt du mal Charlie ausreden bitte Ich habe gerade Lass mich doch bitte erstmal ausreden Leute Habe mich gewundert Warum nichts passiert Habe dann diese Hand wieder weg gemacht Wollte gerade nach oben laufen Auf einmal stehen da Frenzy Und ich glaube Zwergi Und Da nicht die Leiche Genau Und das wollte ich nämlich gerade sagen Also ich Das wollte ich vorhin sagen Weil mich keiner ausgereden lassen hat Zwergi Du sagtest du bist ein Admin Und nämlich bevor der Leiche Report kam Ich habe gerade eben nämlich noch in Cantina Die andere Leiche gesehen Also ich war gerade drüben auf der rechten Seite Ich war gerade komplett nicht auf der Seite Deswegen weil sie Wir haben uns nicht gegenseitig ausreden lassen konnten Konnte ich das nicht mehr sagen Dass die zweite Dass ich gerade dabei war auch eine Leiche zu reporten Die ich nämlich gesehen habe in Cantina Ja In Cantina bin ich gerade jetzt zum Schluss gewesen Ganz kurz Ich möchte mal Ich möchte mal etwas sagen Also Ich bin reingegangen Und Ich bin reingegangen in Reaktor Weil Reaktor an ging So Und dann habe ich noch gesehen Dass Jolly mit reingekommen ist Und Ich habe halt gesehen Ich habe halt legit gesehen Wie Charly in diesem In diesem Äh Blauen Körper drin stand Blut bespritzt Vor Haube zu Du standst da Weil ich die Hand offen hatte Und wie gesagt Als ich sie auch Also weggemacht hatte Da war die Leiche da Und du standst da gemeinsam Frenzy du sagst Die Leiche liegt vor Simon Says Bei mir lag die unten Ja also in Reaktor an Anstation Verdächtigt Ja okay Ja Dann habe ich einen Park Dann habe ich aber Charlie Aber das stimmt Charlie kam von unten Und ging gerade aus dem Reaktorraum raus Ich bin nämlich gegangen Das ist jetzt Aussage gegen Aussage Leute Das ist jetzt hier Das weiß man jetzt nicht Ich nehme Franzi Ich nehme Franzi Ich skippe weil es ist Aussage gegen Aussage hier Ich auch Franzi Aussage gegen Aussage Alter Jetzt bin ich hier wieder der Entscheidende oder was Ach du Scheiße Mach den nicht so kurz Mach den nicht so kurz Wie ja Perfekte Kabel Perfekte Kabel Perfekte Kabel Perfekte Kabel Perfekte Kabel Ui No Angen habe ich fast auch Scheiße Achso äh Was äh Verwirrt Und gekillt Also GG GG Wir hätten einfach keinen Weg zu sehen Es ist richtig Es ist richtig Es ist richtig Es ist richtig Okay gut ich gehe runter Dann steht da Charlie und ich sage Nein die kippt mich jetzt bloß Ja Sky Also Ähm Danke für die coolen Runden Ich würde mich jetzt auch erstmal verabschieden Keine Ahnung Vielleicht machen wir bei mir halt gleich noch 1-2 Runden oder so Ja Lenny ist ja schon weg Äh Ähm Ich überleg mir das jetzt grad mal noch Weil ich mein wir haben es auch schon wieder Viertel vor 3 aber 1-2 Runden wäre ich noch vorbei Ich hab nur Da schauen wir gleich an Ich hätte auch nichts dagegen Aber ich hätte auch nicht been Mit mir Drei 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 Untertitelung des ZDF, 2020